Vorurteile gegen Wessis, getestet an Herrn Jun, 1 von 9. Passt dieser Oberbürgermeister Kötuchel zu uns, erfüllt er das Charakterbild eines schlechten Wessis. Herr Jun stammt aus Sieken in Nordrhein-Westfalen. Er kam mutmaßlich nach der Wende nach Leipzig, weil er im Westen keine Professorenstelle bekommen hätte. Um seinen vermeintrischen Einfluss auf das MDR auszuüben, damit seine Tochter und sein Enkel SchauspielerInnen werden können, übernahm er das Amt des Oberbürgermeisters von Leipzig. Seine Enkelin scheint derzeit in Niederbayern zu leben. Die Familie Jun scheint eher westdeutsch als durch Leipzig geprägt.